Ja, Tag Leute und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer weiteren Kickstarter-Preview auf meinem Kanal und ich stelle euch heute Green Hell the Board Game vor. Die gleichnamige Adaption des PC-Spiels erscheinen wird das Ganze bei Galactus Games. Ein, ja, Abenteuer-Adventure-Survival-Game für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren. Ich habe hier bisher noch keine Angaben drauf. Ich würde vermuten 60 bis 90 Minuten Spieldauer. Und für die unter euch, die das PC-Spiel kennen, die werden sich hier auf jeden Fall zurechtfinden. Wir müssen Items craften, dafür müssen wir Sachen suchen. Wir müssen gucken, dass wir nicht irgendwie zu weit uns von der Gruppe entfernen. Es können nachts irgendwelche Dinge passieren, wir müssen uns irgendwie erholen. Wir können von Parasiten befallen werden, wir können Fieber kriegen, wir müssen uns gegen Tiere durchsetzen und so weiter und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch jetzt gleich einmal vorstellen. Wichtig an dieser Stelle, ihr kennt das Spiel, es handelt sich natürlich um einen Prototypen des Spiels. Dementsprechend sind natürlich Artworks und Design noch nicht final. Auch das Material, da kann und werden sich bestimmt auch vor allem im Laufe der Kampagne noch Dinge ändern. Das, was ich euch aber zeige, ist von den Regeln her, kann man sagen, so bei 90 Prozent. Die Kampagne, die ihr hier spielen könnt, da weiß ich noch nicht so viel drüber. Ich habe halt drei Szenarien geschickt bekommen, wo ich ganz schwer von ausgehe, dass auch die sich nochmal verändern werden. Und deswegen das, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet, das ist nur der Einstieg, um euch das Spiel einmal vorzustellen. Und dann hoffe ich, dass ich euch da einen wirklich guten Einblick geben kann. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Schauen wir uns jetzt Green Hell The Board Game an. Das Regelwerk recht umfangreich, muss man sagen. Ich habe mir das Ganze dann zusammengetippt auf, ja, fünf Seiten erstmal. Im finalen Spiel wird es auch Player Aids und Spielerhilfen geben. Die sind jetzt im Prototypen noch nicht dabei gewesen. Dementsprechend macht euch da keine Sorgen. Wird in der finalen Version auf jeden Fall drin sein. Dann gucken wir uns jetzt einmal das Material an. Dann gucken wir uns jetzt einmal das Material, den Aufbau an. Ich habe das Spiel jetzt einmal exemplarisch für zwei Spiele aufgebaut. Dementsprechend haben wir hier zwei Charaktere. Ihr könnt alleine auch mit einem spielen, mit zwei, drei oder vier Abenteuern. Das ist im Prinzip egal. Auch da weiß ich nicht, ob es dann noch welche in der Kampagne geben wird. Ich habe jetzt die Auswahl aus vieren gehabt und habe mich dann für Selena Diaz und McKenzie entschieden. Und um euch das mal zu zeigen, das ist halt einmal das Charakter, die Charakterkarte von Selena Diaz. Ihr seht dann hier einmal im Bild den Namen, was sie ist. Dann hier unten gibt es so eine Spezialfähigkeit. Und das sind im Prinzip die Werte, die ihr hier vorfindet. Das ist einmal Sanity, Stealth, Stamina und Strength. Also im Prinzip eure geistige Gesundheit. Wie gut seid ihr darin, euch zu verstecken? Wie ist eure Ausdauer bzw. eure Konstitution? Und wie ist eure Stärke? Da ist im Grundspiel, zumindest in den Prototypen drin, einmal Selena Diaz. Dann sehen wir hier den McKenzie. Dann gäbe es noch die Isabel Asani und den Pierre Picard. Die haben dann alle auch verschiedene Fähigkeiten. Ich habe mich jetzt in dem Fall dazu entschlossen, eben Selena und McKenzie zu nehmen. Die anderen beiden kommen dann halt einfach aus dem Spiel. Nachdem ihr euch dann zwei Charaktere ausgesucht habt, baut ihr das Playerboard auf. Und dafür sind folgende Sachen wichtig. Wenn ihr das Playerboard habt, nehmt ihr euch hier das zweite Board, sucht euch dann einen gelben und einen weißen Würfel raus. Die sind einfach nur als Counter da. Und dann stellt ihr die Counter jeweils auf die Werte, die ihr auf eurer Charakterkarte findet. Bei Selena haben wir eine Ausdauerkonstitution von 8. Das heißt, der Gelbwürfel wird auf eine 8 gestellt, eine geistige Gesundheit von 4. Dann wird das Ganze auf 4 gestellt. Gucken wir uns auch einmal den Bogen im Ganzen an. Wenn wir uns jetzt den Bogen angucken, haben wir hier einmal den Rucksack. In den Rucksack können wir natürlich Sachen reinpacken. Das werdet ihr gleich sehen. Dann haben wir hier zum Beispiel irgendwie so eine Angel, die wir dann hier reinpacken können. Und um halt damit dann durch die Gegend zu laufen. Dann habt ihr hier eine Übersicht nochmal der Werte. Denn ihr könnt eben einen Pilztrank brauen. Und wenn ihr diesen Pilztrank braut, dann kann das eure Werte hier temporär verändern. Und hier an der Seite seht ihr eben, wie lang dieser Trank hilft, ob er schwach, mittel oder stark ist. Hier unten seht ihr dann noch zwei wichtige Leisten, die auch miteinander zusammenhängen. Das heißt, ihr habt einmal hier unten eure Energieleiste. Energie braucht ihr, um bestimmte Dinge zu tun oder um bestimmte Dinge zu boosten. Hier oben habt ihr dann eure Flüssigkeitsleiste. Ihr müsst natürlich auch immer genug trinken. Ansonsten sieht es schlecht für euch aus. Und die hängen insofern zusammen, als dass ihr nie mehr Energie haben könnt, als ihr gerade Flüssigkeit habt. Das heißt, wenn jetzt hier, sag ich mal, euer Flüssigkeitshaushalt ist, könnt ihr nicht volle Energie haben. Dann habt ihr noch eine linke und eine rechte Hand. Da könnt ihr Sachen drin tragen. Und hier habt ihr nochmal eine Übersicht. Damit trackt ihr quasi, was ihr für Krankheiten besitzt oder was ihr gerade für Herausforderungen habt. Das oberen ist eine Wunde. Hier unten seid ihr vergiftet. Es gibt Fieber. Es gibt Ausschlag. Dann gibt es noch den Parasiten und Diaryl. Wenn ihr das Ganze startet, dann stellt ihr quasi hier alle eure Werte auf Null und bekommt vollen Wasserhaushalt und viel Energie. Schauen wir uns die weiteren Materialien an. Hier auf der linken Seite habt ihr einmal zwei verschiedene Kristallcubes. Diese sind einmal oder stehen für dreckiges und sauberes Wasser. Ihr müsst natürlich im Regenwald immer etwas trinken. Wenn ihr dreckiges Wasser trinkt, kann es natürlich sein, dass ihr an Diarrhoe erkrankt. Und sauberes Wasser ist natürlich immer recht gut. Diese beiden Kristalle sammelt ihr im Prinzip, wenn ihr einen Wasserkollektor gesammelt habt, habt in eurem Camp oder gebaut habt. Und der sammelt dann für euch diese Wasserkristalle. Schauen wir weiter. Dann haben wir hier Marker, die quasi anzeigen, ob ihr ein Tier erlegt habt. Das sind dann die Marker für die Pilze. Und die Pilzmarker haben immer zwei Seiten. Ihr seht jetzt hier einmal den roten Pilz und auf der anderen Seite die rote Medizin. Hier haben wir dann den gelben Pilz und auf der anderen Seite dann die gelbe Medizin. Und das gleiche nochmal für blau. Auch da habt ihr dann auf der anderen Seite nochmal die Medizin. Wenn wir dann weiter gucken, haben wir hier nochmal schwarze Cubes. Die sind quasi Schaden in unserem Camp. Wir haben weiße Cubes. Diese Cubes sind für die Gefahr da. Und das sind nochmal so Universal Cubes, die wir alle quasi für bestimmte Effekte nutzen. Wie zum Beispiel hier zu tracken, welche Erkrankung wir gerade haben. Dann gibt es Nachtkarten. Ihr werdet in Green Hell immer Tage Zeit haben, um eine Mission zu, ja, oder ein Szenario erfolgreich zu bestehen. Und immer am Ende eines Tages kommt dann die Nachtkarte. Das sind nochmal spezielle Events, die stattfinden. Die quasi nochmal thematisch einleiten, dass ihr euch eben in der grünen Hölle befindet. Die erkläre ich euch gleich, wenn es einmal soweit ist. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass ihr dann auch nochmal hier eure Szenario-Karten habt. Das sind quasi die Explorationskarten. Ich habe jetzt hier das Ganze fürs erste Szenario aufgebaut. Ihr habt hier oben Würfel, die ihr braucht, um den Trank zu brauen. Ihr habt Würfel, um bestimmte Gegenstände zu suchen. Das ist der sogenannte Stealth Die. Den braucht ihr eben, um zu gucken, ob ihr bestimmte Krankheiten erleidet. Oder manchmal könnt ihr den auch benutzen, um euch besser zu verstecken. Dann habt ihr hier die ganzen Sachen, die ihr finden könnt. Kleine Steine, Kokosnüsse, Bananen, ein bisschen Fleisch, Moos, ein Stock, eine Liane, Knochen, Mehrfleisch, Fahne, Holzlatten, Panzer, Holzstämme, irgendwelche Metallreste. Dann könnt ihr hier persönliche Gegenstände bauen. Ihr könnt natürlich aus zwei kleinen Steinen einen großen zusammenschustern. Da könnt ihr ein kleines Hackwerkzeug draus machen. Ein kleines Messer, eine Knochenaxt, ein Speer, eine größere Axt, eine Angel, eine große Angel, ein Speer. Das sind so Dinge, die ihr bauen könnt. Dann habt ihr hier das Ressourcenboard in eurem Lager, was ihr da für Ressourcen gerade gesammelt habt. Hier oben habt ihr den Anzeiger, welche Tageszeit gerade ist. Da komme ich gleich drauf zu. Das ist quasi der Zoom in euer Camp rein. Und dann habt ihr hier einfach exemplarisch, zeige ich euch das jetzt nochmal, habt ihr hier noch so Camp-Ausbauten exemplarisch jetzt mal das Campfeuer. Hier links seht ihr quasi, was ihr dafür sammeln müsst. Ihr braucht sechs Steine, vier Stöcke und zwei Holzplanken. Dann könnt ihr das Feuer bauen. Und wenn ihr das Feuer habt, dann könnt ihr hier oben diese Aktion ausführen, wenn ihr im Camp seid. In dem Fall ist das quasi zwei Stöcke und ein bisschen Moos ausgeben. Und dann könnt ihr drei Nahrungen kochen, dass sie in gekochte Nahrung umgeht. Ihr könnt auch das Campfeuer nochmal upgraden, sodass ihr dann quasi euer Feuer nochmal besser geschützt habt, dass es nicht so leicht kaputt gehen kann. Und das Ganze habt ihr natürlich dann noch hier noch Betten bauen. Ihr könnt Fallen bauen, ihr könnt Zäune bauen, ihr könnt einen Wasserkollektor bauen, und ihr könnt so einen kleinen Fleisch-Smoker bauen, sodass ihr dann Stück für Stück quasi euer Camp aufbaut. Jetzt habe ich euch einmal gezeigt, wie das Material aussieht, was ihr hier alles habt. Und jetzt erkläre ich euch einmal im Groben, wie das Ganze funktioniert, die Kernmechaniken. Ich werde jetzt nicht die vollen Regeln erklären, denn wenn ich euch die vollen Regeln erkläre, dann wird es recht komplex. Ich werde euch jetzt einfach nur mal grob zeigen, wie das Spiel funktioniert, welche Sachen ich total spannend finde und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, weil ich glaube, dass das die Mechaniken sind, die wirklich wichtig sind, um zu entscheiden, ob das Spiel etwas für euch ist oder nicht. Zu Beginn entscheidet ihr euch für ein Szenario. Wenn ihr natürlich die Kampagne spielt, wird empfohlen, mit Welcome to the Jungle anzufangen. Ihr seht jetzt hier schon 1 von 1. Es gibt noch 1, 2 und hier 1, 3. Das heißt, das erste Szenario hat drei verschiedene Ziele, die ihr quasi erreichen müsst. Ihr habt hier dann erstmal ein bisschen Fluff-Text, Stimmung, damit ihr reinkommt, was gerade passiert, was überhaupt los ist. Und hier unten habt ihr ein Ziel. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel dann einen Pfeil auf 1.2. Das heißt, wenn ihr das hier erreicht habt, legt ihr die oberste Karte ab und macht dann mit der nächsten Karte weiter. Auch dann kommt wieder ein wenig Text und ihr habt ein neues Ziel. Die Rückseite der Karten ist überall identisch, zumindest im Prototypen. Ihr seht hier immer das Setup. Ihr habt hier eine Anzahl von Tagen. Das ist so ein bisschen der Balancing-Mechanismus. Immer, also hier ist es 7 minus Anzahl von Spielern, beziehungsweise Anzahl von Charakteren. Dementsprechend hätte ich jetzt aktuell mit zwei Charakteren fünf Tage Zeit. Das bedeutet, dass ich mir fünf Nachtkarten rausziehe und dass die Nachtkarten immer begrenzen, wenn ein Tag vorbei ist. Hier seht ihr dann das Setup des Boards. Hier unten ist das Startteil. Hier können wir uns hoch erkunden. Hier, wo die drei X sind, gibt es eben hier unten eine Sonderregel. In dem Fall, dass wir jetzt gerade im Dschungel angekommen sind und wir müssen das Camp von Higgins finden, zu dem unser Funkkontakt abgebrochen ist. Und unter einem von den drei Teilen ist im Prinzip das Camp runtergemischt und wir müssen eben da hochlaufen. Und hier wird dann einfach nur angezeigt, wo quasi die Startlocation ist. Wenn ihr euch dann für ein Szenario entschieden habt und das Ganze aufgebaut habt, dann zieht ihr quasi die passenden Nachtkarten, bildet daraus dann einen Stapel. Ihr seht hier, ich habe fünf Nachtkarten gezogen. Das ist so der Timer. Aber wenn die Nachtkarten oder der Nachtkartenstapel aufgebraucht ist, dann wird geguckt, habt ihr alles erfüllt, um das Szenario zu erfolgreich zu bestehen oder eben nicht. Wichtig, in der finalen Version wird es eine Kampagne geben. Da könnt ihr euer Lager tracken, eure Ressourcen tracken, gucken, was ihr halt alles aufgebaut und gesammelt habt und so weiter und so weiter. Das habe ich jetzt im Prototypen nicht. Aber ich zeige euch jetzt, was ihr so machen könnt und was für Möglichkeiten ihr im Spiel habt. Es gibt ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst. Auf der einen Seite ist es immer wichtig, auf was für eine Art Terrain ihr euch befindet. Es gibt nämlich folgende Variationen. So seht dann eine Karte aus. Ihr seht hier oben links welches Terrain. Hier seht ihr zum Beispiel das offenes Feld. Offenes Feld bedeutet, wenn ihr auf diesem Feld etwas suchen wollt oder etwas sammeln wollt, dann kostet das ein Wasser, denn, oder ihr müsst, ihr verliert dann halt eine Flüssigkeit. Denn, klar, wenn ihr auf offenem Feld seid, ist es anstrengend. Ihr schwitzt, weil natürlich die Sonne draufknallt. Das hier rechts oben ist der Explorationseffekt. Also wir sind hier, sehen hier abgebrannte Hütten. Das heißt, wenn wir das sehen, dann, ja, macht uns das Angst. Das heißt, wir verlieren hier eine geistige Gesundheit. Allerdings nur beim ersten Mal, wenn wir das Ganze erkunden. Das ist jetzt ein spezielles Teil. Ihr seht hier unten. Dann kann man als Aktion damit interagieren. Ihr seht hier, ich brauche eine Axt oder ein Axtwerkzeug. Dann gebe ich Flüssigkeit aus, weil das sehr anstrengend ist. Und dann kann ich die ein bisschen zerhacken und kann mir da Holz mit rausnehmen. Dann haben wir hier unten das Schlangennest. Hier seht ihr schon, das ist dichter Dschungel. Wenn wir uns im dichten Dschungel befinden, dann müssen wir halt Energie ausgeben, um zu sammeln und zu suchen. Ja, weil wir uns natürlich nicht so gut bewegen können. Auch hier, wir haben Angst vor diesen Schlangen. Können aber dann natürlich auch wieder damit interagieren. Und hier wird halt geguckt, sie haben wir einen gewissen Wert, mit dem wir uns verstecken können. Dann passiert was. Wenn nicht, dann müssen wir halt Würfeln eventuell tun. Die beißen uns und wir verlieren irgendwas. Dann haben wir hier den ganz normalen Dschungel. Der hat keinerlei Auswirkungen. Und hier seht ihr jetzt so Ressourcenfelder. Das heißt, hier könnt ihr dann bestimmte Gegenstände, ich sag jetzt mal, abbauen. Als Beispiel könnt ihr hier, ihr seht jetzt hier dasselbe, dasselbe Symbol auf diesem Lianengegenstand. Und dann seht ihr hier oben, das heißt, wenn wir so ein Feld hier haben, auf dem wir es abbauen möchten, dann können wir quasi das hier da abziehen. Da gibt es natürlich auch noch verschiedene andere, denn zum Beispiel, ihr könnt auf so einem Feld auch die Holzplanke finden. Allerdings, seht ihr jetzt hier unten, dafür braucht man dann ein Hackwerkzeug und ist ein großer Gegenstand. Das heißt, den muss ich dann auch tragen können. Dann haben wir noch, hier unten seht ihr auch nochmal, das ist auch nochmal offenes Feld. Und auf dem können wir dann, ja, jagen gehen. Da können wir Tiere finden zum Beispiel. Hier haben wir nochmal dichten Dschungel, dann haben wir hier nochmal so einen Wasserfall. Da seht ihr, wenn wir den Wasserfall erkunden, dann kriegen wir eine geistige Gesundheit. Alles, was mit Wasser zu tun hat, da können wir kostenlos quasi was trinken. Allerdings, immer wenn wir dort was trinken, ist es erstmal dreckiges Wasser und dann müssen wir natürlich gucken, ob wir irgendwie an Diarrhoe erkranken. Dann gibt es noch Tiere, denen wir begegnen können. Im Prototypen gibt es nicht so viel, das sind nur zwei, um das Ganze kennenzulernen. Wir haben hier so Wildschweine, dann wird halt hier oben erstmal geguckt, was für eine Aufmerksamkeit haben die. Das heißt, sehen die uns oder sehen die uns nicht? Das wird einfach geguckt, ob der Wert höher ist oder gleich als unser Stealth-Wert. Dann hier die Stärke und dann sieht man hier, wenn wir gegen die kämpfen, was, wenn wir den Kampf gewinnen oder wenn wir ihn verlieren. Und dann haben wir hier noch den Fluss, da können wir angeln. Dann gibt es noch giftige Spinnen und so weiter und so weiter. Ihr seht also, in dem Spiel gibt es eine ganze Menge zu erkunden und wie läuft jetzt das Spiel ab? Auf der einen Seite habt ihr jetzt gesehen, dass das Terrain sich darauf auswirkt, was ihr tun könnt, wie ihr es tun könnt. Es wird noch steiniges Gelände geben und so weiter und so weiter. Ist im Prototypen noch nicht drin. Denn im Prototypen haben wir quasi die einfachsten Erkundungskarten. Je weiter ihr in der Kampagne fortschreitet, umso schwieriger wird es natürlich. Die Gegner werden schwieriger, das Gelände wird schwieriger und gefährlicher, je weiter ihr euch natürlich rein bewegt. Das ist hier noch nicht der Fall. Auf der einen Seite haben wir eben das Terrain. Dann kommen wir jetzt noch zur Tageszeit. Ihr seht es schon hier oben. Wir haben vier Tageszeiten und zwar Morgen, Mittag, Nachmittag und den Abend. Hier oben seht ihr es nochmal ganz schön. Am Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Am Morgen könnt ihr zum Beispiel besser jagen. Wenn ihr morgens jagen geht, dann bekommt ihr immer eine Nahrung mehr, wenn ihr etwas findet. Am Mittag steht die Sonne am höchsten. Das heißt, da könnt ihr sehr gut suchen. Wenn ihr am Mittag sucht, dann dürft ihr euren Suchwürfel nochmal neu würfeln. Am Nachmittag könnt ihr eine freie Craft-Aktion nutzen. Denn normalerweise müsst ihr immer Energie auswenden, wenn ihr was baut. Am Nachmittag müssen wir natürlich was essen. Das heißt, wenn wir was essen, haben wir als Bonus nochmal so eine Craft-Aktion. Wenn es dunkel wird, dann bewegen wir uns nicht mehr so sicher im Gelände. Das heißt, da können wir uns dann nicht mehr so weit bewegen. Das heißt, man muss schon so ein bisschen vorplanen, dass man vielleicht hier am Ende wieder in der Nähe vom Camp ist. So, was ist jetzt wichtig für einen Spielzug? In Green Hell habt ihr immer zwei sogenannte Basis-Aktionen plus unendlich viele freie Aktionen. Diese Aktionen könnt ihr komplett frei verplanen. In welcher Reihenfolge sprecht euch da ab? Das könnt ihr so handhaben, wie ihr möchtet. Eine Basis-Aktion ist das Bewegen. Ich kann mich für eine Aktion bis zu zwei Felder weit bewegen. Klar, am Morgen, wenn ich ausgeruht bin, das heißt, wenn ich in einem Camp geschlafen habe, dann kann ich mich noch ein Feld weiter bewegen. In dem Fall ist natürlich noch nicht viel los. Das heißt, ich kann mich nur ein Feld weit bewegen, denn eine weitere Sonderregel ist, ich darf mich nicht von einem unerkundeten Feld auf ein weiteres unerkundetes Feld bewegen. Das heißt, in dem Fall würde ich mich jetzt hier hin bewegen. Dann würde sich das Feld dann mit meiner zweiten Aktion, würde ich das Feld erkunden. Das ist nämlich die zweite Aktion. Und dann sieht man hier, das sind jetzt Spinnen, die haben einen Aufmerksamkeitswert von 6. Ich habe einen Stealth-Wert von 6. Das heißt, sie würden mich sehen. Dann kann ich natürlich noch versuchen, abzuhauen, mich zu verstecken und so weiter und so weiter. Das würde jetzt zu tief in den Regeln gehen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil ich mir denke, das sind die Spinnen. Dann kann ich mit denen kämpfen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder als Aktion löse ich den Kampf selber aus oder eben, die entdecken mich jetzt, dann ist der Kampf automatisch. In dem Fall wird einfach geguckt, welche Stärke hat mein Gegner, welche Stärke habe ich. Die Spinnen 2, ich 6, 8 sogar. Das heißt, ich trete einfach da drauf im Prinzip. Dann kommt hier dieser rote Marker drauf, dass eben die Spinnen ab sofort nicht mehr da sind. Und dann sieht man hier, wenn ich es schaffe, bekomme ich zwei Fleisch. Hätte ich es nicht geschafft, dann hätte ich Fieber bekommen und wäre vergiftet, weil die natürlich sehr giftig sind. Dann nehme ich mir einfach das Fleisch und lege das hier in meinen Rucksack. Also wir haben jetzt die Aktion bewegen. Wir haben die Aktion erkunden. Und wir haben die Aktion angreifen. Dann haben wir noch die Aktion suchen. Wenn ich suche, dann nehme ich mir diese Würfel. Das sind die Suchwürfel. Es gibt hier einmal diesen Spezialwürfel. Der bringt nochmal eine beliebige Würfelseite mit rein, beziehungsweise eine beliebige Ressource. Und hier muss ich einen Würfel wegnehmen. Dann haben wir hier sechsseitige Würfel. Das ist dann wie so ein Puzzlemechanismus. Sagen wir mal hier, so könnte ich zum Beispiel dann einen Stock finden. Oder das hier ist eben ein Stein. Und wenn ich das dann finden würde, dann nehme ich mir den dazugehörigen Marker und lege ihn bei mir aufs Board. Wenn ich suchen möchte, dann werfe ich diese Würfel, werfe sie und dann gucke ich halt, okay, jetzt habe ich hier eine Kokosnuss. Dann könnte ich hier noch eine Banane finden. Einen Würfel müsste ich jetzt hier wegnehmen. Sondern dann baue ich mir das einfach so zusammen, wie ich denke, dass es gut ist. In dem Fall hätte Selina sich jetzt, sage ich mal, eine Banane, hätte sie aber eine Banane gefunden und eine Kokosnuss. Kokosnüsse sind immer recht begehrt, denn das ist ja quasi wie sauberes Wasser und Bananen wie eine saubere Nahrung. Das wäre die Suchaktion. Und zu guter Letzt, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch ein Teil finde. Ich decke jetzt einfach mal ein paar auf. Zu guter Letzt gibt es noch die Aktion Interagieren. Das haben wir hier zum Beispiel mit dem Hunting Pit. Wenn Selina jetzt hier wäre, dann könnte sie hier unten mit diesem Feld interagieren. Und in diesem Falle würde das bedeuten, dass eben Selina Flüssigkeit ausgibt und den Stealth-Dye würfelt. Das ist dieser hier. Und dann wird eben geguckt, wenn sie eine 1, 2 oder 3 wirft, bekommt sie 1, 2 oder 3 Ressourcen. Und wenn dann natürlich noch hier dieses Symbol da drauf ist, also hier unten sehen wir, wenn jetzt hier der rote Mund, die roten gefährlichen Zähne quasi gewürfelt werden, ja dann verwundet sie sich, dann holt sie sich eine Wunde. Oder wenn sie sich was anderes holt, dann verliert sie halt irgendwie Konstitution. Die letzte Aktion ist quasi Harvest. Also wenn wir irgendwelche Sachen abernten und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, McKenzie hat hier oben rechts sind zwei Pilze abgebildet. Dann kann ich einfach sagen, alles klar, ich lege dann hier diese zwei Cubes drauf und nehme mir einen blauen und einen roten Pilz und packe die eben auch in meinen Rucksack. Man kann auch immer so ans Limit gehen. Und wenn ich ans Limit gehe, dann gebe ich halt Energie aus, um einfach mehr aus der Aktion zu machen. Ich kann mit Energie Suchwürfel neu würfeln. Ich kann weiterlaufen. Ich kann mehr Ressourcen sammeln. Und das muss man auch machen, denn es wird zwischendrin immer recht knackig. Aber jetzt erstmal nur die standardmäßigen Aktionen. Das waren jetzt alle Standardaktionen. Als freie Aktion kann ich immer, wenn ich eine Energie ausgebe, kann ich craften. Und als Beispiel so das Einfachste, was man sich bauen kann, oder wo man mit anfängt, aus zwei Steinen kann ich diesen großen Stein bauen. Wenn ich dann am Ende noch einen Stock und eine Leander dazu packe, kann ich mir schon diese kleine Mini-Axt bauen. Die bringt mir hier oben schon mal eine Stärke und ich kann mit ihr dann zum Beispiel Fahnen abhacken, Hölzer abhacken und so weiter. Kann sie natürlich auch zum Kämpfen benutzen. Und sie nimmt vier Plätze ein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie benutze, dann verschwindet auch ihre Haltbarkeit. Das heißt, wenn ich die Dinger behalten will, nutzen sie sich ab und ich muss sie natürlich auch reparieren. Aber es gibt ganz viele andere Sachen. Es gibt dann noch hier so Stechwerkzeug. Ich kann die Knochen-Axt bauen, große Speere. Dann seht ihr hier, wenn ihr so eine große Angel oder einen großen Speer gebaut habt, steht hier zum Beispiel Double Tile Reward. Das heißt, mit dieser Angel würdet ihr das Doppelte kriegen, was quasi auf dem Teil, welches ihr erkundet habt, dann steht da zum Beispiel ein Fluss und das sagt, wenn du eine Angel hast, findest du einen Fisch. Mit der Angel würdest du zum Beispiel zwei Fische fangen. Das heißt, du bekommst halt mehr Nahrung. Das sind dann die Ressourcen, die ihr euch besorgen könnt. Wenn ihr hier mal schaut, das hier ist jetzt ein Holzstamm. Ihr seht hier oben, dafür braucht ihr eine Axt. Das Ding ist aber auch drei schwer. Hier müsst ihr mal gucken, je nachdem, was für eine Stärke ihr habt. Mit Stärke drei kann man das Ding tragen. Mit Stärke vier könnte man das und noch was anderes tragen. Und hier unten seht ihr dann, das könnt ihr nur erhalten, wenn ihr mit bestimmten Teilen interagiert. Dann gibt es noch diese Symbole hier. Das zeigt dann, dass ihr das halt ja auf diesen Jagdsymbolen eben bekommen könnt. Und es gibt noch das Würfelsymbol. Das ist eben die Aktion, die ich euch gerade gesagt habe, die Suchaktion. Manche Dinge könnt ihr nur finden, indem ihr sie sucht. Dann könnt ihr jederzeit natürlich irgendwas einfach hinschmeißen, damit anderes vielleicht einsammeln können. Ihr könnt natürlich jederzeit dann etwas aufsammeln. Wenn ihr auf dem gleichen Feld seid, könnt ihr jederzeit Gegenstände tauschen. Das ist auch kein Problem. Ihr könnt jederzeit euren Rucksack natürlich neu ordnen. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr eine Waffe im Rucksack habt, könnt ihr die Waffe dann natürlich in die Hand nehmen. Das ist auch deswegen wichtig, denn ihr könnt zum Beispiel craften, nur wenn eure Hände frei sind. Ihr könnt natürlich auch, wenn euer Rucksack voll ist und ihr habt hier irgendwelche schweren Sachen, dann könnt ihr die auch in eure Hände legen, sodass ihr dann das nicht im Rucksack habt, sondern in den Händen tragt. Also die ganz großen Gegenstände müsst ihr sogar in die Hand nehmen. Die passen nicht in den Rucksack. Und natürlich, wenn ihr irgendwann immer hier so einen Stealth-Check machen müsst, dann ist auch das kostenlos. Jetzt habt ihr einmal alle Aktionen, alle Standardaktionen und alle freien Aktionen mitbekommen und jetzt noch einmal ein, zwei kleine Mechaniken, denn im Prinzip erkundet ihr jetzt den Dschungel, ihr sucht Ressourcen, ihr habt natürlich die Ziele. Also zum Beispiel hier in der ersten Mission heißt es halt Reach the Camp Card. Also ihr müsst dann hier halt das Camp finden, in dem ihr euch hier erkundet, durch die Gegend lauft und so weiter und so fort und das Camp findet, dann schreitet die Story weiter und dann müsst ihr wieder was anderes erledigen. Wenn ihr dann alle eure Aktionen durchgeführt habt, denn ihr habt immer pro Tageszeit zwei. Das heißt, ihr habt am Morgen zwei Aktionen, am Mittag, am Nachmittag und am Abend. Das heißt, jeder Charakter hat quasi acht Aktionen, acht Basisaktionen pro Tag. Dann beginnt die sogenannte Nachtphase. Die Nachtphase ist quasi wie so eine Aufräumphase. Alles das, was ihr hier abgeerntet habt, wird wieder freigemacht. Das heißt, ihr könnt in der nächsten Phase wieder die Pilze sammeln, die da oben bei der Spinne waren. Dann müsst ihr was essen, ihr müsst was trinken, damit ihr irgendwie die Strapazen vom Tag quasi wieder abschüttelt. Und dann könnt ihr auch noch was craften, ihr könnt reparieren, wenn ihr das möchtet. Und dann wird die Nachtkarte gezogen. Die Nachtkarten bringen halt bestimmte Effekte rein. Hier oben seht ihr erstmal den Titel, Could do with a boat? Und dann wird hier geguckt, es gibt so verschiedene Stufen. Ihr zieht oder ihr werft in den Dice Roller immer ein paar weiße Cubes. Und hier seht ihr dann, wenn zum Beispiel zwei weiße Cubes rausfallen, dann wird diese Stufe hier durchgeführt. Wenn zum Beispiel drei oder vier weiße Cubes rausfallen, dann werden diese beiden Stufen abgehandelt. Also diese Cubes hier werden halt dann in den Dice Roller geworfen, das zeige ich euch gleich einmal, und dementsprechend dann hier abgehandelt. Und hier unten seht ihr dann nochmal, was weiter passiert. Das heißt, hier, wenn ihr einen Wasser Kollektor habt, der sammelt dann dreimal dreckiges Wasser, zweimal rohe Nahrung wird schlecht, zweimal gekochte Nahrung wird schlecht, und schwarze Cubes werden in den Dice Roller reingeworfen. Wofür sind die schwarzen Cubes? Denn wenn ihr auch Campstrukturen baut, dann können diese halt auch wieder kaputt gehen. Schauen wir uns das Campfire mal an. Ihr seht hier oben, wir bauen uns sechs Steine, vier Stöcke und zwei Planken. Und wenn ein schwarzer Cube rausfällt, dann wird der hier draufgelegt, um zu symbolisieren, als klar, das Campfeuer hat Schaden erlitten. Allerdings könnt ihr auch wieder dann in der Nachtphase einen Stein ausgeben, um das zu reparieren. Solltet ihr auch tun, denn wenn dieses Ding dreimal Schaden genommen hat, dann ist es wieder kaputt, und dann wird es recht teuer, das Ganze wieder aufzubauen. Dementsprechend werden diese Cubes in einer bestimmten Regel verteilt. Das erkläre ich euch jetzt nicht, das ist ein bisschen zu tief, aber dann habt ihr schon mal gesehen, was da passieren kann. Die Nachtkarten stacken sich aber, das heißt, in der ersten Nacht hier unten, seht ihr das, würde ein schwarzer Cube reingeworfen werden. In der zweiten Nacht hätten wir schon einen weißen und einen schwarzen. Und in der dritten Nacht hätten wir schon vier schwarze und einen weißen. Das heißt, je länger ihr braucht, umso gefährlicher wird es natürlich, umso mehr müsst ihr immer aufpassen, was mit eurem Lager ist, dass ihr wirklich nicht alles verliert. Denn zum einen werden die Cubes hier immer wieder reingeworfen, die hier stehen, zum anderen Cubes, die in der letzten Runde quasi nicht vorne rausgefallen sind, die werden nochmal dazu addiert. Wie schon erwähnt, geht es immer darum, dass irgendwelche Cubes irgendwo reingeworfen werden. Das ist der Creepy Dice Roller und hier kommen die Cubes rein. Und ich hatte es eingangs schon mal gezeigt, wir haben hier einmal hier vorne ein Loch, wo etwas rausfallen kann und wir haben hier hinten ein Loch, wo etwas rausfallen kann. Alle Cubes, die hier hinten rausfallen, werden für die nächste Runde quasi beiseite gelegt. Alle, die vorne rausfallen, weiße Cubes, werden zur Seite gelegt, um eben zu gucken, okay, wie viele, welche Stufe haben wir in dieser Gefahrenleiste erreicht. Schwarze Cubes werden dann natürlich durch den Campstrukturen zugeteilt. So, das heißt, ihr werft jetzt hier dann die Cubes rein, ein paar fallen vorne raus, ein paar hinten. In dem Falle sind jetzt zwei hier hinten, die werdet ihr in der nächsten Runde verwenden. Jetzt für die Runde würde ein weißer zählen und eben volle vier schwarze Cubes und die würden dann auf eben die Campstrukturen zugeteilt werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch jetzt einen guten Überblick über Green Hell The Board Game geben konnte und ich habe es jetzt solo gespielt, zu zweit gespielt, zu dritt gespielt, zu viert gespielt und ich muss wirklich sagen, dieses Craften macht unheimlich viel Spaß, dass man sich abstimmt, dass man sagt, ey, hier, wir müssen noch dahin, willst du das machen? Dann lass mich doch gleich dahin gehen, dann haben wir die Steine zusammen. Boah, die Energie ist jetzt eng, ich muss dringend noch was essen, damit ich irgendwie gleich nochmal den Schritt ins Lager schaffe, damit ich heute Nacht nicht nur so, nicht außerhalb des Lagers pennen, denn auch das wirkt es nochmal aus, wenn ich nicht im Lager pennen sondern außerhalb, dann regeneriere ich mich nicht so gut. Das Suchen, das Puzzlen mit den Würfeln, es macht Spaß, es ist eine witzige Mechanik, also da sind ganz viele coole Sachen verarbeitet worden und wie gesagt, dieses Craft macht unheimlich viel Spaß. Ich bin gespannt, wie sie es mit der Story langfristig umsetzen, ich habe jetzt hier natürlich nicht repräsentativ drei Szenarien drin, in Szenario 2 und 3, die sind deutlich kürzer, da geht es nur darum, ein paar Orte zu untersuchen, kann man natürlich für sich selber auch unterschiedlich schnell dann spielen, indem man dann das vielleicht auch mal ausnutzt und das Camp nochmal ein bisschen mit Ressourcen belegt und ein paar Sachen baut, trotzdem noch, wir sind halt straight einfach nur der Story hinterher gelaufen, dann war es relativ schnell vorbei, da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen, denn Aussage war eben, dass man in den ersten Szenarien lernt, wie man baut, wie man craftet, wie man überlebt und dass die Story platziert wird, dann wird es natürlich immer schwerer, wie gesagt, es sind noch unterschiedliche Schwierigkeitsgraden an diesen Exploration-Teilen und so weiter, da bin ich richtig gespannt drauf und ich werde die Kampagne auf jeden Fall verfolgen und guck mal, was sie am Ende draus machen, ich glaube, das Spiel hat eine Menge Potenzial und ich würde mir echt wünschen, dass sie es ausschöpfen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich natürlich über eine Unterstützung freuen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo und natürlich die Glocke nicht vergesst, damit ihr immer wieder am Start seid, wenn es neuen Content gibt, ihr dürft das Video auch sehr gerne kommentieren, vielleicht habt ihr ja das PC-Spiel gespielt und ja, haut doch mal raus, ob ihr das Gefühl habt, dass es eine gute Adaption des PC-Spiels ist, was für Erwartungen habt ihr an die Kampagne und an das Spiel, glaubt ihr, sie können erfüllt werden, was halt ihr allgemein von Survival-Spielen, ja, viele nennen ja dann im gleichen Atem und sogar mal Robinson Crusoe, haut's wirklich mal in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf und ansonsten bin ich jetzt fertig und ich wünsche euch jetzt alles Gute, einen guten Zock, bin echt gespannt auf die Kampagne und was ihr zu erzählen habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet, macht's gut, bleibt sauber und gesund, euer Potti. Kampagne 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 Kampagne